Die Spinner TTS 65 Triplex ist das Topmodell aus der Baureihe der Refräszentren. Wir haben die Maschine mit zwei Drehspindeln und drei Revolvern ausgestattet, welche unabhängig und simultan gesteuert werden können. Dadurch erhöht sich die Produktivität der Maschine enorm. Idealerweise ist die Maschine mit der Siemens 840 DSL ausgerüstet, welche mit Operate und Program Sync die beste technische Lösung darstellt. Speziell für die Mehrkanalprogrammierung bildet unser Program Sync einen Mehrfacheditor, die Funktion Blockbildung, in der wir Programmblöcke generieren können und die Synchronansichtanzeige, wo wir die unterschiedlichen Kanäle zeitlich nebeneinander angezeigt bekommen, inklusive der Zerspanungszeiten der einzelnen Blöcke. Nach Erstellung des Programms können wir unser Bauteil in der Simulation betrachten. Hier wird dann auch die reale Zerspannungszeit berechnet. In der Synchronansicht sehen wir dann, ob unsere Revolver optimal ausgelastet sind. Aufgrund der gelben Weightmarken sehen wir, dass hier noch Optimierungsbedarf besteht. Durch verschieden einzelner Programmabschnitte können wir nun unser Programm optimieren. Hier sehen wir, dass wir aufgrund unserer Optimierungsarbeiten eine Zeitersparnis von etwa 30% erreicht haben. Modul mit einer G textbookbetrein veröffentlicht. Ausatmen kann man stärken mit einer Verkaufnahme zur Einstellung ab. Beide ich in der Küste ein aufgelistet bin. Was über die Gründe auf die Regenstiftung stellen muss, dass wir natürlich auf den F-Ford geholfen haben und wie die Räume ab werden können, und bei einem Bezug auf die Gerätsel pass téléperten die Schicksale des Zerspannungszeiten. Nach dem Jahr lesen, wir die F-Ford haben. Die Verkaufnahme ist sehr großartig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017